Ich bin Alvaro und absolviere die Ausbildung zum Logistiker. Interessant dieser Beruf. Ich will nicht so im Büro arbeiten. Mir gefällt vor allem bei Örtli, dass die Arbeitskollegen freundlich sind und die Arbeit vielseitig ist. Für diesen Beruf braucht man körperliche Belastbarkeit und ein Allraunder. Interessiert mich, wir werden dich jetzt!